Liebe Soko-Fans, 10 Jahre Soko Stuttgart und jetzt seid ihr gefragt, schickt uns doch eure Version der Eingangsmelodie. Entweder gesungen, klimpern, geblasen, spielen, geschnipst, getanzt vielleicht, vielleicht in den Chor mitgenommen. Also auf jeden Fall eure Version der Soko-Melodie. Und daraus basteln wir einen großen Jubiläumsvorspann. Und jetzt noch ein paar Tipps vom Schroddi. Die Noten gibt es hier zum Download. Dann habt ihr die so. Die Melodie könnt ihr euch anhören. Jagt es euch per Kopfhörer rein. Dann seid ihr auf jeden Fall in der richtigen Tonart und im richtigen Tempo. Und dann nehmt ihr auf. Und schickt uns das bis zum 10.06. per E-Mail oder über Facebook. Und wir basteln aus euren Melodien und aus euren Bildern einen großen Jubiläumsvorspann. Und vielleicht schafft ihr es ja ins TV. Und wir basteln aus. 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 Bis zum nächsten Mal.